so hallo mal wieder heute geht es mal wieder um spielzeug sammelfiguren oder oder und zwar von zum links das ist der karton den ich bekommen habe da sind 50 tüten drin mit zommlinge und wie die aussehen das schauen wir uns jetzt natürlich mal an wollen den karton mal öffnen ziemlich lang so und das sind jetzt die tüten die da drin sind 50 stück wollen wir jetzt mal ein nach dem anderen öffnen der serie 1 zum linge serie 1 es ist immer drin eine beschreibung von den zomlings und das sind sie nun süße kleine gummitiere mit einer öffnung für bleistift oder kugelschreiber wollen wir jetzt mal ein paar tütchen öffnen und wo ihr die natürlich bestellen könnt wenn ich natürlich immer unter dem video verlinken der sieht schon besser aus aber keine angst ich werde nicht das ganze video jetzt alle 50 tüten öffnen dafür wird der zeitrahmen gesprengt auch ein elefant mit pflaster also wie gesagt die kann man immer auf kugelschreiber oder bleistift öffnen kommen wir zum fünften tütchen ein clown der sieht man richtig witzig aus grüne haare bunte augen eine ente mit ein blaues auge was ist das eine art schneemann in blau witzigen hut und schlechte laune gesicht so kommen nun zum achten und letzten tütchen für heute eine kuh mit euter also ich hoffe ich konnte euch zeigen wie die figuren aussehen was in den tütchen stecken kann und sage deswegen wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu